Ich sage euch, wenn ihr ein klassisches 3-Minuten-Lied hört, jedes Lied hat eine Einleitung, dann gibt es einen Höhepunkt und die letzten 30 Sekunden sind immer ein Abgang, ein Abfall. Und stell dir vor, du hörst das über Jahre, über Jahrzehnte. Irgendwann einmal wirst du... Ich kenne so viele Leute, die können gar keine Musik mehr hören, aus dem Grund. Weil das... Das macht dich... Du wirst verrückt, aber wenn du... Deswegen tut man switchen. Also alle, die ich kenne in meinem Alter, die hören nur noch sowas. Solche Sachen. Das sind so lange Sessions von DJs, die 2, 3, 4, 5, sogar 6 Stunden manchmal dauern. Und das lässt einfach laufen, verstehst du? Ja, ja, ja. Und ihr, ich glaube, ihr seid noch so 15, 16, ihr könnt noch so Justin Bieber hören. Baby, 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 ah, Baby, na, na. Ihr könnt das ruhig noch 10, 20 Jahre hören. Irgendwann einmal könnt ihr auch nicht mehr.